Die Raumfahrt-News im Überblick. NASA untersucht astronautische Missionen zu erdnahen Asteroiden mit SpaceX Starship. Weltraumteleskop Euclid in Betriebnahme planmäßig. Virgin Galactic verdient kein Geld. Kontakt zu Voyager 2 wiederhergestellt. Airbus geht Joint Venture für kommerzielle Raumstationen ein. In der SpaceX Starbase trennt man sich von SN15 und beendet die Betonarbeiten an der Startrampe und beginnt die Testkampagne der neuen Struktur für das Hot Staging. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Mittwochmorgen, den 2. August, ist ein Cygnus-Raumtransporter zu ISS gestartet. Mehr über Cygnus gleich in den ISS-News. Wäre die Uhrzeit mit 2.31 Uhr nicht so schwierig gewesen, hätte ich den Start gestreamt. Denn es war ein ganz besonderer Start. Der letzte Start einer 200er Antares. Die von Northrop Grumman betriebene Antares hatte ganz besonders unter dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu leiden. Die beiden RD-181 Erststufentriebwerke kamen aus russischer Produktion von Energomash und die Struktur der ersten Stufe aus der Ukraine. Genauer von Yushmasch, dessen Werk in Nierpro Ziel russischer Raketenangriffe wurde. Auch erwähnenswert, weil eher ungewöhnlich. Die zweite Stufe der Antares ist eine Feststoffstufe. Aus naheliegenden Gründen soll die nächste Generation von Antares-Raketen eine rein amerikanische Rakete werden. Hierfür wird das amerikanische Raketen-Startup Firefly die erste Stufe liefern, die dann von sieben Miranda-Triebwerken angetrieben wird. Am Donnerstagmorgen, den 3. August, ist von Wingquan eine lange Marsch 4C mit drei Fengu 3F-Wettersatelliten gestartet. Auch am 3. August hat SpaceX von Cape Canaveral mit einer Falcon 9 für den Satellitenbetreiber Intersat einen C-Band-Kommunikationssatelliten gestartet. Galaxy 37 wird aus dem geostationären Orbit unter anderem Nordamerika mit Satellitenfernsehen versorgen. Wenn die News regulär am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der Rocket Lab Elektron-Start We Love The Night Live von Neuseeland aus erfolgt sein. Im New Space-Zeitalter geht es ja extrem darum, dass man abseits von Regierungsaufträgen Einkommensströme generieren kann oder zumindest Investoren davon überzeugen kann, dass es die in Zukunft geben wird. Virgin Galactic hat Quartalszahlen vorgelegt und meldet laut SpaceNews.com im zweiten Quartal einen Nettoverlust von 134,4 Millionen Dollar. Diese Einnahmesituation soll sich in den kommenden Quartalen nicht deutlich verbessern. In naher Zukunft sollen die Einnahmen pro Flug bei etwa 600.000 Dollar pro Flug liegen, da drei Viertel der 800 bisher verkauften Tickets für Suborbitalflüge zu Preisen zwischen 200.000 und 250.000 Dollar pro Stück verkauft wurden und vorerst nur drei zahlende Passagiere mitgenommen werden. Der Ticketpreis wurde mittlerweile auf 450.000 Dollar erhöht und so sollen sich später ab 2024 die Einnahmen pro Flug auf etwa 800.000 Dollar erhöhen. Vor ziemlich genau 46 Jahren, am 20. August 1977, auf den Tag genau zehn Jahre vor meiner Geburt, ist die Raumsonde Voyager 2 aufgebrochen. Die Sonde hat das Sonnensystem mittlerweile verlassen und viele seiner Instrumente abschalten müssen, weil die Radionuklidbatterien nur noch wenig Leistung liefern. Vor zwei Wochen gab es ein kleines Missgeschick, als versehentlich die große Hauptantenne der Voyager 2 weg von der Erde gedreht wurde. Gute Nachrichten nun von der NASA. Das Deep Space Network hatte diese Woche zuerst das Carrier-Signal der Sonde registriert und dann mit einem stark verstärkten Steuersignal die Sonde erreicht. Voyager 2 ist nun wieder auf die Erde ausgerichtet und der reguläre Betrieb kann weitergehen. Hätte die Kontaktaufnahme nicht funktioniert, hätte man noch eine weitere Chance gehabt. Die Sonde resettet sich mehrmals im Jahr selbst und richtet sich dann automatisch auf die Erde aus. Der nächste Zeitpunkt dafür wäre der 15. Oktober gewesen. Glückwunsch an alle Beteiligten. Letzte Woche nicht mehr rechtzeitig für unseren Redaktionsschluss. Am Freitagmorgen hat die ESA erfolgreich den Satelliten Aeolus kontrolliert über dem Atlantik abstürzen lassen. Dieses Manöver war das erste seiner Art, da der Satellit nicht ursprünglich für einen solchen Absturz konzipiert war. Aeolus hatte sich bereits in einer niedrigen Erdumlaufbahn befunden und wäre auch ohne Eingreifen innerhalb von wenigen Wochen abgestürzt. Die ESA entschied sich aber für den kontrollierten Absturz, um das Risiko von Trümmerteilen, die auf Landfläche abfallen könnten, zu minimieren. Zudem sollte die Kollisionsgefahr mit anderen Objekten im Orbit reduziert werden, um das Problem des Weltraumschrotts einzudämmen. Der Satellit verglühte am Freitagabend den 28. Juli teilweise beim Eintritt in die Atmosphäre über der Antarktis, während die Teile, die den atmosphärischen Wiedereintritt überlebten, geplant im Atlantik landeten. Auch wenn ich ein Fan des unabhängigen Zugangs von Europa zum All bin, tue ich mir sehr schwer mit der Ariane 6. Das liegt nicht zuletzt an der Öffentlichkeitsarbeit der ESA zu allem, was den Launcher angeht. So überrascht ist wenig, dass ein ESA-Sprecher gegenüber Ars Technica mitteilte, dass der erste statische Feuertest der Ariane 6, wie eigentlich alle Ariane-Tests, nicht live verfolgbar sein wird. Das europäische Weltraumteleskop Euclid hat nach einem Monat im All erfolgreich mit seinen ersten Beobachtungen begonnen. Während der Inbetriebnahmephase haben die Sensoren und Infrarotkameras das Teleskop erste Bilder des Kosmos gemacht. Euclid wird im Gegensatz zu seinem Lagrange.2 Nachbarn James Webb mit seinem 1,2 Meter Primärspiegel den Himmel sehr viel großflächiger beobachten. Euclid soll Milliarden von Galaxien beobachten und so eine dreidimensionale Karte des Universums erstellen. Und damit übrigens die beste Karte, die es bisher gibt. Nach der vollständigen Inbetriebnahme soll voraussichtlich Ende diesen Jahres der erste wissenschaftliche Betrieb der Mission beginnen. Airbus, Defence & Space und Voyager Space haben sich zusammengetan, um eine kommerzielle Raumstation, Starlab, zu entwickeln. Das ist so wichtig, weil sich die europäische Raumfahrt ja extrem schwer tut mit der Kommerzialisierung. Europäisches Geld, das soll am besten Fall in Europa, in europäische Unternehmen gehen. Durch die Beteiligung von Airbus an dem Joint Venture könnte die Teilnahme europäischer Partner an so einer kommerziellen Station jetzt ermöglicht werden. Außerdem ist das Einkaufen von kommerziellen Staaten außerhalb von Europa, um dann eine europäische Station zu erreichen, das bessere Storytelling. Für die US-Politik ist es auf der anderen Seite immer wichtig, Nummer 1 zu sein. Der Hauptteil des Joint Ventures soll mit mindestens 51% so in den USA bei Starlab liegen. Dass es hier nicht nur um PowerPoint-Folien geht, zeigt auch diese Tatsache. Voyager Space hat von der NASA bereits 160 Millionen US-Dollar für die erste Designarbeit an Starlab bekommen. Ebenso eine Systemanforderungsüberprüfung durch die NASA wurde erfolgreich abgeschlossen. Es kann also gut sein, dass durch die Beteiligung von Airbus an Starlab die Zusammenarbeit zwischen kommerziellen Unternehmen und der ESA für zukünftige Weltraummissionen nach der Stilllegung der ISS ermöglicht wird. Und das bringt uns den ISS-News, die der Ian zusammengetragen hat. Wie schon eingangs berichtet, ist in der vergangenen Woche der Cygnus-Raumtransporter erfolgreich zur ISS gestartet. Die 19. Cygnus-Mission wurde nach der verstorbenen Astronautin Laurel Clark benannt. Laurel Clark starb auf tragische Weise beim Wiedereintritt des Space Shuttles Columbia 2003. Der US-Astronaut Woody Holberg fing unter Zuhilfenahme des kanadischen Robotik-Arms die Cygnus-Kapsel ein, die zu diesem Zeitpunkt etwa 10 Meter unterhalb der Station schwebte. Übrigens werden Astronauten nur für das Einfangmanöver selbst benötigt. Das Steuern des robotischen Arms nach dem Einfangmanöver, um die Cygnus-Kapsel mit dem mittleren Knotenpunkt Unity der ISS zu verbinden, wurde vom Flight Controller am Boden verrichtet. Dies spart den Astronauten Zeit auf der Station, währenddessen sie weitere wichtige Forschung betreiben können. Denn jede Minute da oben, die ist wertvoll. Mit dieser Mission wurde ein neuer Wasserspender zur Aufbereitung von Nahrung und Getränken für die Astronauten zur ISS gebracht. Er wird jetzt zunächst auf der ISS getestet, um seine Eignung für zukünftige Deep Space Explorationsmissionen zu überprüfen. Die Cygnus-Kapseln werden übrigens, wie so ziemlich alle westlichen Raumstationsmodule, in Italien bei Thales Alenia Space in Turin gefertigt. Und bevor ihr fragt, was eigentlich der Vorteil der Cygnus zur Dragon von SpaceX ist, die Cygnus haben mehr Innenraum und so können größere Fachstücke zur ISS gebracht werden. Und durch die viel größere Cargo-Luke, den Common Birthing Mechanism, kann sperrige Fracht auch entladen werden. Die NASA hat eine wegweisende Pilotmission zu einem erdnahen Asteroiden vorgestellt. Dieses Missionsdesign verwendet dafür potenzielle Elemente einer NASA-Mars-Mission. So kann man auf der Missionsübersicht schon Starship-Infrastruktur und Falcon Heavy samt Crew Dragon erkennen. Großer Vorteil, so eine Mission stellt vergleichsweise geringe Anforderungen an die Gesamtdauer der Hin- und Rückreise. Die Gesamtmasse der Mission und das dafür benötigte Delta V. Ich sag's gerade heraus, ich bin da nicht sachlich distanziert. Denn seit frühester Kindheit finde ich den Gedanken von Missionen zu Asteroiden mega geil. Und erst recht die Verfolgungsjagd vom Millennium Falcon in Imperium schlägt zurück. Wenn du den Gedanken von Missionen zu Asteroiden auch so cool findest wie ich, dann hier eine ganz, ganz tolle Buchempfehlung. Delta V von Daniel Suárez. Er malt extrem spannend so eine Mission in naher Zukunft aus. Witzig auch seine Beschreibung der Milliardäre, die diese Mission finanzieren und deren Ähnlichkeit zu aktuellen Personen natürlich rein zufällig sind. Für mich nach der Marsianer die Nummer zwei für astronautische Abenteuer-Romane. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Es geht hier ja aber nicht um die blühende Fantasie eines YouTubers. Ziel dieser Mission wäre es, die Elemente und Fähigkeiten zu testen und zu demonstrieren, die für anspruchsvolle Missionen benötigt werden und Ziele wie Mars und andere Asteroiden ansteuern. Da sich die Besatzung lediglich fünf Monate im tiefen Weltraum aufhalten würde, bliebe das Risiko im Vergleich zu Mars-Missionen, abgesehen von der Strahlenbelastung, sehr vergleichbar mit typischen ISS-Missionen. Nur halt eine Million Mark cooler. Die beschriebene Beispielmission konzentriert sich auf einen erdnahen Asteroiden mit einem Durchmesser von etwa 50 Metern und erfordert nur ein Delta V von etwa sieben Kilometern pro Sekunde, was ungefähr dem Delta V einer Hin- und Rückreise zur Mondoberfläche entspricht. Auf dem Mond, da waren wir halt schon und wir merken ja jetzt schon, dass sich das Medieninteresse am Artemis-Programm doch sehr in Grenzen hält. Während Asteroiden-Verteidigungsmissionen bei Relevanzumfragen in der amerikanischen Bevölkerung zum Beispiel sie seit Jahren immer den ersten Platz einnehmen. Die Studie resümiert, dass diese Art von Missionen Trittsteine auf dem Weg für die weitere menschliche Erkundung des Sonnensystems sein könnte, gleichzeitig die Erkenntnisse über die Geschichte und Evolution des Sonnensystems, planetare Verteidigungsmissionen und Asteroiden-Mining voranbringen werde. Ja, wenn jetzt nicht Apollo-Moment, wann dann? Bevor wir zu den Starship-News kommen, geht hier wieder ein riesen Dankeschön an alle Schutzengel, die Senkrechtstarter mit ihnen regelmäßigen Spendenmonetär unterstützen. Ohne euch, da könnte ich diesen Nischenkanal nicht betreiben. Vielen, vielen Dank. Wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, da findest du unter dem Video einen Link zum Senkrechtstarter-Patreon oder der YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Die Missionsarchitektur so einer Asteroiden-Mission wurde von der NASA-Studie bereits mit SpaceX-Infrastruktur beschrieben und das bringt uns zum Starship. Meine Technik-Episode von dieser Woche ist mit 40.000 Aufrufen innerhalb der ersten 24 Stunden die bisher erfolgreichste Episode hier auf dem Kanal. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, ich verlinke es dir in der Beschreibung. Wir haben uns dort angeschaut, was man mit dem Starship anfangen kann, wenn man es mit Wasserstoff füllt statt mit Methan. Unbedingt anschauen. Wirklich sehr, sehr spannendes Ergebnis. Das vermutlich wichtigste Event für die Community oder sagen wir das emotionalste Event für die Community dürfte die Verschrottung von SN15 gewesen sein. Genau, das war der Starship-Prototyp, der als erstes 10 Kilometer hochgeflogen ist und nach Bellyflop und Flip sanft gelandet und dann auch nicht mehr explodiert ist. Dass es nicht explodiert ist, senkrechtstarter-Insider sind ja der Meinung, das lag daran, dass ich nicht auf Toilette gegangen bin im Livestream. SN15, hätte es in ein Museum gehört? Schreibt mir gerne in den Kommentaren. Auch wenn ich sehr gern ein Stück von SN15 hier im Studio hätte, Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Und Flammen werden wir, glaube ich, noch viele sehen im Starship-Programm. Das erste Starship, was heil durch den Wiedereintritt und eine Landung machen würde, da könnte ich mir vorstellen, dass sie das auch nicht verschrotten werden. Siehe Dragon C101 und Booster B1019, die beiden im SpaceX-Hauptquartier ja in Hawthorne ausgestellt sind. Apropos Flammen, eine der größten Änderungen seit dem Flugversuch am 20. April war ja die Änderung der Stufentrennung zu einem Hot-Staging. Das ist ja mit Flammen verbunden. Mittlerweile kennen wir erste Hardware, die die von Elon Musk beschriebene Erweiterung der Super-Heavy-Booster zeigt. Für das Zünden der Oberstufen-Raptor-Triebwerke noch an einem teilweise feuernden Booster braucht es Auslassöffnung für das Abgas. Gleichzeitig muss der Ring in der Lage sein, eine über 1200 Tonnen schwere Starship-Oberstufe zu tragen. Ob das aktuelle Design hält, wird nun strukturell an einem Versuchsträger untersucht. Wie die NASA Spaceflight-Cameras eingefangen haben, steht auf dem Versuchsträger Booster 11 FWD Retain Hot-Staging Loadhead. Von mir mal so frei übersetzt, vorwärts Halterungslastkopf für heiße Stufentrennung. Der Testaufbau besteht aus den drei Teilen Booster-Oberstufen-Endstück, Hot-Staging-Ring und dem Starship-Oberstufen-Endsegment, in dem normalerweise die Düsenerweiterung der Raptor Platz finden. Das Ganze wird nun im ehemaligen Schießstand und nun Strukturtestgern in Macy's hydraulisch belastet. Näher dran an einem Flug dürfte aber Ship 25 sein, das immer noch auf Suborbital Pad B steht. Aber mittlerweile unterstützt an einem Kran hängt. Booster 9 befindet sich unterdessen immer noch auf dem Starttisch. Er könnte in den kommenden Tagen weiter getestet werden. Bei Redaktionsschluss am Freitag gab es schon einige Tankfarm-Aktivität. Der Höhepunkt für die nächsten Wochen dürfte da ein kombinierter Test des neuen Deluge-Wassersystems und ein statischer Feuertest von Booster 9 werden. Am Freitag wurde Booster 9 betankt und kurz nach 17 Uhr MSZ-1-Bin-Prime-Test von mehreren Raptor-Turbopumpen durchgeführt. Dabei werden die Turbopumpen in Betrieb genommen, jedoch die Verbrennung nicht gestartet. Diese Tests gehen für gewöhnlich statischen Feuertests voraus. Mittlerweile wurden auch die größten Betonarbeiten beendet. Wie der NASA Spaceflight Flyover hervorragend zeigt, wurde ein Rückhaltebecken für die enormen Wassermengen des Deluge-Systems fertiggestellt. Das ist auch für die Startlizenz wichtig. Hier geht es neben der Sicherheit um die Umwelteinflüsse. Wenn riesige Mengen an Wasser von irgendwoher nach irgendwohin gekippt werden, dann kann das Flora und Fauna beeinflussen. Besonders dann, wenn das eine Süßwasser und das andere Brack- oder Salzwasser ist. Es gab viele Bemerkungen zu meiner Aussage von letzter Woche, dass ich erst einmal für die Startlizenz schwarz sehe, weil SpaceX eine Verlängerung für die Abgabe des 420-Untersuchungsberichts beantragt hat und gegen die FAA ja noch ein Gerichtsverfahren läuft. Wer mehr einsteigen möchte in das Thema, ich verlinke euch Quellen unten in der Beschreibung. Definitiv näher dran als der Start des nächsten Starships sind die Starts der kommenden Woche. Am Montag, den 7. August, voraussichtlich ein Starling-Start von Cape Canaveral aus und später am Tag ein Soyuz-Start von Plesetsk mit Glonask-Navigationsathleten. Am Dienstag dann ein Starling-Start von der Westküste und am Donnerstag ein langer Marsch-2C-Start von Taijuan. Die Nutzer ist mir nicht bekannt. Und später am Tag, also am Donnerstag, voraussichtlich ein suborbitaler Flug von Spaceship-Tub von Virgin Galactic. Den Wochenabschluss, den könnte Russland mit der robotischen Luna 25 machen. Es wäre die erste russische Mondmission seit der sowjetischen Luna 24 im Jahr 1976. Startplatz der Soyuz mit Fregat-Oberstufe ist Vostochni. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen und mit dem Abo hier. Genau, da hast du einen Platz in der ersten Reihe für alles, was uns noch in der Raumfahrt erwartet. Hashtag Apollo-Moment. Ja, und hier oben noch mein Video von dieser Woche. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Momo.